Wir sagen das nochmal auf Deutsch, weil für sie fällt das schwer. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Gegen? Der Gesandte Allahs ist. Gegen? Der Gesandte. Der Gesandte. Der Gesandte Allahs ist. Der Gesandte Allah. Und also, wir machen nochmal auf Deutsch, ja. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Genau. Alhamdulillah, jetzt sind sie im Islam drin. Alhamdulillah, jetzt muss ich sie erstmal umarmen, ok? Bitte? Jetzt muss ich sie erstmal umarmen. Ich bezeuge, dass Mohammed ist... Allahu akber! A.S.H.A.D. 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 Untertitelung des ZDF, 2020